Ich sage noch was zur Stiftung schnell, also die Stiftung ist operativ, aber auch da werde ich nicht mehr dazu sagen, weil ich hatte neulich ein Interview mit dem SWR und da ging es eigentlich um die Facebook-Kontenlöschung. Am Ende hat er mich kurz gefragt, wie der Status der Stiftung ist, dann habe ich ihm das erklärt, dann kam ein großer Artikel raus, dass ich meine Stiftung zweckentfremden würde, dass die Stiftungsaufsicht jetzt ermitteln würde und ich habe dir vorhin ja das Schreiben gezeigt. Jetzt ist die Stiftungsaufsicht gleich wieder aktiv. Das heißt einfach, ich möchte auch alle einfach bitten, zu verstehen, je mehr Transparenz, was ich mache, desto angreifbarer macht man sich in der Zeit. Das heißt einfach, ich möchte auch alle einfach bitten, zu verstehen, je mehr Transparenz, was ich mache, desto angreifbarer macht man sich in der Zeit. Das heißt einfach, ich möchte auch alle einfach bitten, zu verstehen, je mehr Transparenz, was ich mache, desto angreifbarer macht man sich in der Zeit. Das heißt einfach, ich möchte auch alle einfach bitten, zu verstehen, wenn man sich in der Zeit. Ich möchte auch alle einfach zusammen, denn man schafft ein paar Llampe, dass ich wieder einfach nicht helfen konnte und für die Zeit. Das heißt einfach, dass die Zeit für die Zeit, die Zeit, der Zeit, wie die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit und die Zeit, die Zeit für Zeit und die Zeit wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017